Was, Mann? Nee, können wir es wieder nicht schaffen. Kann ich die nicht bitte haben, weil ich nehm noch... Steh doch mal jetzt! Über die Enderperle! Mann, die schiebste die gleich so in die Rosette, also nicht, komm, Junge. Das geht dir auch schon realistisch. Aber was halt manchmal unrealistisch ist, dass das Motorrad einfach springt, obwohl da nichts ist. So wie letztens immer. Von der Rampe kommen und springen nochmal hoch wie so ne Nudel. Hau doch ab, du kleiner Wichser hier! Ach, geil! Ey, Jan, hau ab! Der Wichser hier, der hässliche Spastifareck, Alter. In der Hölle, Junge. Haha, sei ja eh hingefahren in der Rom, oder? Hacker! Jo! Nice, Hex, ja! Aimboard pur! Aimboard! Naja, schreib Hex! Halt's Maul, Alter, Wichser! Wie lange dauert denn das jetzt bei dir da noch? Ich muss mich hier hochstecken bei dem Typen. Boah, ey, du bist so ein Nazi, Alter. Was kann ich denn dafür? Schade, dass du echt nicht rufgegangen bist vor der Geburt, Alter. Ich bin nicht Julien, Mensch. Schade einfach. Hätt ich das Light jetzt nicht, dann würde ich nicht schon jetzt graue Haare kriegen. Oh, heiße. Pass auf, der hat wieder gleich Hex an hier. Ja, ja, sehe ich doch schon. Hä, ist der dämlich? Na klar! Na klar! Ne, scheiße. Ich fahr weg an Lava. Na klar! Ey, komm, das ist doch scheiße, sowas. Hat er sich einfach mal Lava-Eimer gehackt, der Wichser? Aber man darf nicht schlafen. Geht doch mal weg. Ne, ohne Bogen. Ne, ich hab nur rausgeguckt, okay. Ohne Kill Aura, bitte. Ne, hab ich eh nicht an. Brauch ich gerne. Ne, du willst eh, weil ich hab... Ja, 3, 2, 1, go. Ja, das Kill Aura, wa? Ne, ne. Ganz knapp. Ja, das Kill Aura, ja, hab das hat man gesehen. Nein. Ja, ja, doch. So schnell wie du geschlagen. Ne, das geht nicht. Ey, der Typ hier vor mir hielt mir so ein bisschen auf den Nerven. Nein, ich muss sagen, alle Drenni fällt mir nicht richtig. Weg hier, hau ab, Mann! Ey, wie ich fast runtergeflogen bin. Rüber, du Ficker. Meine Fresse, der macht das nicht einfach. Der macht einfach nicht, was ich drücke. No Chance. Ich fahr immer gegen diese beschickte Wand da, ey. Ich fahr immer gegen diese behinderte Wand da, ey. Hau ab, hau ab! Oh, Junge. Ich hasse... Wie... Ich hab's eh mal erlebt, wo ich hier gerammt wurde. Hau ab hier, du Spast. Mensch, da bremst der hier auf so einer Mitte. Ohohohoho. Junge. Da hat mein Typ gerade Gas. Jetzt willst du... Jetzt willst du ja nicht gelungen. Nein, er hat erstmal Speed... So ein Wichser, Alter. So ein Wichser. Zum Glück war ich schon im Tunnel drinne, Alter. Kleiner Spast! Wie die einfach alle rumbacken, ey. Extrem. Ne, ich seh die zum Glück nicht. Das Elend hinter mir. Weiter, weiter. Ach, fickt euch. Ach, hier. Komm. Geh mir auch den dicken lecken, Alter. Ey, das ist doch... Das ist doch lächerlich. Ah, na gut. Dass du nicht rumheulst, nimm den Sieg halt. Ne, ich hab ja nicht. Ohne Hex kann's ja eh nicht spielen, mit jeder bei dir nicht. Verlierst der in. Bei der DDR Dreierrechner. Ne, wie ich sag, dass ich keine... äh, genau ran hatte und so war. Das, doch, das war eindeutig. Ne, hatte ich mich einfach nur geschlagen. Das kommt auch im Video und dann wüsst du jemanden. Jan, war die Frage. Wie viele Klicks macht deine Maus pro Minute? Also viele Klicks, wie du nicht machst. No, das ist viel. Oh, das ist ein bisschen unten. Hat denn der an Rüstung? Aha, der Skin. Guck dir den doch an, Mann. Oh, der hat einen Eisenschwerherd, das möchte ich haben. Hey, du zieh mich da die Party ab, Alter. Das war wieder so ein nackter Typ eben hier bei mir. Welt Champion. War ja zweimal Erster geworden, das ist okay. Verstehe. Ich bin zwar öfters schon Erster geworden, dann müsste ich ja schon, was weiß ich, Weltall Champion sein. Oder sowas. Was macht denn der Typ da im Wasser? Was macht der denn da? Ach, mit Pinky Girl. Mit pinke Ding da. Babyborn. Was macht denn das? Hä, kann der nicht fahren oder ist der... Oh, ich muss es nicht. Theon Erster geworden ist. Das scheiße. We тебе ja auch in kurz.